Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video auf diesem Kanal. Dieses ist jetzt etwas besonders, denn wir haben am 4.9. letztes Jahr das erste Video veröffentlicht. Das war das mit der Karpfen-Hack-Selbsthack-Montage da glaube ich. Das war auch extrem gut, aber wir haben noch bessere. Und ich will euch ein paar mal hier ein paar Daten sagen oder sowas und dann sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder. So, wie ihr schon, oder habe ich es gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, obwohl es nur 20 Sekunden her ist. So, es gibt auf jeden Fall heute einen kleinen Rückblick über dieses ganze Jahr. Wir haben es jetzt ein Jahr durchgezogen, es kam fast jede Woche ein Video oder jede zweite. Ich glaube, wir haben 5, 6 Wochen ausgelassen, aber keine 10 Wochen glaube ich. Das heißt, wir haben schon ordentlich was zusammen. Nämlich genau, ich habe es mir hier aufgeschrieben, 44 Wochen sind fast 52. Das heißt, wir haben genau 8 Stück ausgelassen. So, genau heute ist, also letztes Jahr 17 Uhr haben wir eine Premiere gemacht und da kam das erste Video. Schon ein Jahr her. Wenn man sich die Stimme von jetzt anhört und von damals ist das auch schon echt krass. Müsst ihr mal machen. Und insgesamt, es kann ja auch sein, dass wir jetzt schon 8.000 Klicks haben oder 7.900. Ich drehe das jetzt gerade am Mittwoch, wenn ihr das Samstag seht, den ersten neunten haben wir heute. Wir haben gerade 7.747 Klicks. Also, es kann sich von Minute zu Minute ändern. 61 Abos ist auch schon, finde ich, ganz schön. 100 kriegen wir hin, ne? Das schaffen wir. Ich finde auch super, dass ihr mir in den Kommentaren oder so immer schreibt. Zum Beispiel von Sebastian Wegelin. Wegelin? Ich weiß nicht. Toll gemacht. Du wirst von Video zu Video besser. Hör auf keinen Fall auf. Ich hätte jetzt noch andere raussuchen können. Mein Zettel, die waren beide voll. Das ist super, denn es gibt auch noch viele andere. Das ist genauso. Ich antworte eigentlich auch auf jeden Kommentar. Ja, ich antworte auf jeden außer super. Ja, dann antworte ich nur Gedanken. Aber auf Fragen gehe ich immer ein. Auf jeden Fall. Also, ihr müsst keine Angst haben oder so. Oder ein aus meiner Klasse. Ihr könnt mich auch persönlich ansprechen. Insgesamt haben wir 388,3 Stunden Wiedergabezeit. Wer nicht weiß, was die Wiedergabezeit ist, das ist die Zeit, wenn das Video jetzt 10 Minuten geht und ihr die 10 Minuten voll anguckt, dann kommen hier auf diese 388,3 Stunden nochmal 10 Minuten drauf. Und wenn ihr es halt nur 2 Minuten guckt, dann kommt da halt nur 2 Minuten drauf. Da ist die Wiedergabezeit. Also, insgesamt wurden unsere Videos 388,3 Stunden angeguckt. Das ist auch schon... Aber ich finde, für diese Zahl an Aufrufen ist das eigentlich komplett okay. Ich habe jetzt auch halt nicht so halbe Stunden Videos, sondern auch welche, die gehen nur 2 Minuten oder 3 Minuten oder 5. So, die besten Videos. Das ist auf jeden Fall... Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, das mit dem Aal. Das habt ihr bestimmt gesehen auf meinem Kanal. Vielleicht kommt auch einer deswegen dem Video. Das hat jetzt an diesem Mittwoch 605 Aufrufe. Das ist übelst krank, finde ich. Auch für diesen Kanal mit diesen 61 Abos. Das ist schon, wenn du überlegst, 605 Klicks von diesen 7.747 kommen allein von diesem Video. Das finde ich schon echt, dass es ein Video gibt. Über 500 Klicks ist schon für mich echt schon krass. Musst dir halt vorstellen, 600 Mal wurde da halt draufgeklickt. Ich finde das schon für mich ziemlich krass. Obwohl ich in dem Video auch eigentlich nicht so viel Besonderes gemacht habe. Ich habe einen Aal gefangenen... Guckt es euch einfach an. Dann das Video. Ihr könnt euch mit der Sitzkeeper dran erinnern vielleicht. Das war damals immer das Beste, aber irgendwann wurde es von meiner Raubfischtasche überholt. Die hat jetzt genau 7... Ach, was habe ich mit den Zahlen heute? 479 Aufrufe. Das ist auch schon... Ich hatte nicht... Diese 200 Aufrufe kamen, glaube ich, aus den letzten 2-3 Monaten. Das finde ich auch irgendwie komisch. Und dann, da müsste ich mich so hart für bedanken, vor 3 Wochen, könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, kam ein Video online, das hieß, wunderschöne Forellen oder wunderschöne Forellen aus Südtirol. Irgendwie so. Da habe ich da halt in Südtirol an so einem kleinen Teich geangelt. Das hat jetzt einfach 455 Aufrufe. Das denke ich, wird auch die 500 Aufrufe knacken, wenn man auf YouTube Studio geht und dann auf bestes Video, da ist das Platz 1 von 10 in der Zeit, weil das mit dem größten Aal hat 3 Monate für 500 Aufrufe gebraucht und das hat jetzt 3 Wochen. Ich habe mit meinem Kumpel telefoniert und scroll so durch die Videos von unten hoch und dann sehe ich, ich habe einen halben Herzinfarkt bekommen, ich bin fast tot umgefallen, wirklich, ich habe mich so erschrocken. Das ist von den Likes her, mit diesen 21 Likes, ist halt auch schon mal was, 21 Leute waren so super toll schlau und haben auf den Like-Button gedrückt, das finde ich auch echt nice. Aber das Video, ich könnte mich da glaube ich nicht mehr für bedanken oder auch für jeden einzelnen Abonnenten, das ist echt super, dass ihr abonniert habt. Bleibt so wie ihr seid, abonniert mich weiterhin oder lasst das Abo weiterhin und dann hoffe ich, wir sehen uns demnächst auch wieder, feiert heute und dann ciao.